Gott und die Welt. Bei Kreuz Plus geht es diesmal um den Glauben im Alltag. Hallo, schön, dass Sie wieder dabei sind zu unserer neuen Ausgabe von Kreuz Plus, dem Fernsehmagazin für das Bistum Eichstätt. Nicht nur beim Besuch der Kirche finden Gläubige ihren Weg zu Gott. Wir stellen Ihnen diesmal Menschen vor, die auch im Alltag ihren Glauben leben. Außerdem finden wir heraus, warum so manch einer auch außerhalb eines Gottesdienstes eine Kirche besucht und zeigen Ihnen, wieso der Bibelgarten in Berching einen Besuch wert ist. Angelika Nieselbeck wollte eigentlich Lehrerin werden. Doch dann hatte sie plötzlich Zweifel. Warum sie sich noch einmal umentschieden hat und wie die 23-Jährige seitdem ihren Alltag mit Gott erlebt, das zeigen wir Ihnen in einem Porträt. Donnerstag, 12 Uhr. In ihrer Mittagspause besucht Angelika Nieselbeck die Schutzengelkirche in Eichstätt. Für die Theologiestudentin ist das ganz normal. Sie sucht regelmäßig die Nähe zu Gott. Der Glaube erfüllt mich. Der Glaube macht mich zu einem besseren Menschen. Danach recherchiert sie in der Bibliothek für ihr Theologiestudium und tauscht sich mit anderen Studenten fachlich aus. Angelika Nieselbeck wurde zwar religiös erzogen. Ihr Entschluss, Theologie zu studieren, hat sich aber erst spät entwickelt. Ich hätte in meinem ganzen Leben nicht gedacht, dass ich mal Theologie studieren werde. Der Wechsel kam dadurch, dass ich angefangen habe, Lehramt zu studieren mit Religion. Und habe einfach gemerkt, okay, wow, irgendwie ist das Thema total spannend und es ist total interessant. Die Leute, die ich treffe, mit denen ich zusammen studiere, die berühren mich. Über ihren Glauben lernt sie nicht nur etwas im Studium, er begleitet sie durch ihr ganzes Leben, ihren privaten Alltag. Sie folgt dabei nicht einfach den Regeln der Kirche. Sie hinterfragt, was sie als jungen Menschen bewegt, wie zum Beispiel ihre Sexualität. Eigentlich ist der christliche Glaube immer für den Menschen da. Er möchte immer das Gute für den Menschen, immer das Beste für den Menschen. Er möchte, dass es den Menschen gut geht. Und das steckt quasi auch hinter diesem Sex, kein Sex vor der Ehe. Und ich für mich persönlich habe einfach festgestellt, es geht mir besser und ich fühle mich besser und das tut mir wirklich gut. Und dann aber auch dafür einstehen und das ist nicht einfach irgendwie ein Verbot von der Kirche. Und ich mache es, weil die Kirche das sagt, sondern weil ich selber gemerkt habe, hey, das tut mir gut. Alle drei Wochen trifft sich Angelika Nieselbeck abends mit ihren Freundinnen zu einem Hauskreis. Die Studentinnen lesen das Sonntagsevangelium der nächsten Woche und wenden die Bibelstelle auf ihr eigenes Leben an. Sie singen ihre Lieblingslieder und halten inne. Das gemeinsame Gebet stärkt ihre Beziehung zu Gott, aber auch ihre Freundschaft. Denn zum Hauskreis gehört auch dazu, über persönliche Probleme zu sprechen und diese gemeinsam zu überwinden. Wir haben da immer so Gebetsanliegen, die wir austauschen und dann wird dafür gebetet. Und dann herauszufinden, was der Herr erfüllt hat, erhört hat, ist einfach herrlich, ja. Für mich persönlich ist das immer ein Moment, wo ich Gott ganz lebendig erfahren darf. Also einerseits in mir selbst, wie er zu mir spricht, aber dann auch durch das Zeugnis der anderen. Und das erlebt man nicht so oft. Wie so eine Wohlfühloase, wie so Wellness in zwei Stunden. Man fühlt sich einfach so, so gut und man fühlt sich geliebt, man fühlt sich angenommen, man fühlt so viel Zuneigung zu den anderen. Und dann denkt man sich, Gott, du bist so ein cooler Typ. Jeden Tag Gott diesen coolen Typen erleben, das möchte Angelika Nieselbeck nach ihrem Studium als Pastoralreferentin. Und so ihren Glauben nicht nur für sich persönlich leben, sondern auch weiterhin mit anderen teilen. Die meisten Kirchentüren im Bistum Eichstätt stehen für jeden offen. Auch außerhalb des Gottesdienstes. Wir haben nachgefragt, warum so manch einer seine freie Zeit für einen Abstecher in die Kirche nutzt. Er überragt die Dächer Eichstätts und ist das Zentrum der Stadt, der Eichstätter Dom. Täglich gibt es dort Andachten und Gottesdienste. Aber auch wenn gerade keine Messe gefeiert wird, stehen die Türen des Gotteshauses für alle Besucher offen. Menschen entfliehen der Hektik und halten während des Tages für einen Moment inne. Norbert Schüssler und seine Frau sind Touristen in Eichstätt. Zum Besuch der Stadt gehört für sie auch der Dom. Da gehen wir auch öfter mal in eine Kirche und besichtigen die Kirche und beten auch da. Wir setzen uns erst mal hin, gucken den Hauptaltar an zum Beispiel und dann betet man dabei. Und dann betet, dass man wieder gut nach Hause kommt als Urlauber. Auch Wolfgang Emrich ist zu Gast in Eichstätt. Während der Besichtigung des Doms trennt er sich ganz bewusst für einen Moment von seiner Gruppe. Ich setze mich auch rein und versuche zur Ruhe zu kommen, mal wieder zu mir selbst zu kommen. Und ja, da hilft mir ein Gotteshaus immer. Die Ruhe in einem Gotteshaus hilft natürlich sehr dazu. Ich kann Gott in einem Gotteshaus so nah sein, wie ich auch in der freien Natur eben sein kann. In der Natur hoch über Eichstätt liegt die Frauenbergkapelle. Zu ihr kommen weniger Besucher als in den Dom. Aber genau das schätzen diejenigen, die ihren Weg hierher finden. Für die Eichstätterin Maria Eirich-Stur ist der Gang auf den Frauenberg fester Bestandteil ihres Alltags. Täglich kommt sie ganz bewusst in die Stille der Kapelle, um ihrem Glauben Raum zu geben. Ich freue mich immer, wenn wenig los ist. Dann finde ich, hat die Kapelle auch ihre intensivste Ausstrahlung. Und ich habe da keine festen Gebete. Ich bleibe einfach so in Ruhe sitzen und lasse den Ort auf mich wirken. Dann finde ich es besonders schön und auch heilsam. Die Lehrerin genießt nicht nur die Kapelle. Auch ihre Umgebung strahlt für sie Ruhe und Geborgenheit aus. Diese Erfahrung, in der Natur sein, zur Kapelle zu gehen, mich um den Ort hier herum aufzuhalten, das ist für mich eine Erfahrung, die mich zur Ruhe bringt und zugleich wieder neue Kraft gibt, um dann wieder in den Alltag zurückzugehen. So wie andere vielleicht ein Fitnessstudio oder sowas machen, ist das für mich halt mein Gang an den Frauenberg. Und dann fühle ich mich einfach vollkommen. Die Nähe zu Gott und für einen Moment innehalten. Auch ohne Gottesdienst bieten Kirchen und Kapellen den Menschen im Alltag einen Ort des Rückzugs und des Gebets. Bei schönem Wetter einmal auf den Frauenberg gehen, die Aussicht genießen und in der Kapelle vorbeischauen. Gerade jetzt im Frühling bietet sich das doch an. Kann man das schaffen, seinen Glauben mit Beruf, Familie und Hobbys zu vereinen? Andreas Völker glaubt. An Gott, an das Gute in den Menschen und daran, dass man den Glauben im Alltag erleben kann. Wir zeigen Ihnen, wie ihm das gelingt. Andreas Völker möchte nicht nur darüber reden, er will, dass seine Schüler den Glauben verstehen. Beim heutigen Thema Ökumene versucht er das mit einem Kreuz, das die Achtklässler der Knabenrealschule Rebdorf nach und nach zusammenbauen. In den 27 Jahren, die Andreas Völker bereits als Religionslehrer arbeitet, hat er immer jede Frage zugelassen und Raum zur Diskussion gegeben. Ich bin der Lehrer, der auch Lernender ist. Es wäre doch fatal, wenn Kinder, die etwas zu sagen, die ihre Erfahrungen haben, Jugendliche, die ihren Blick auf die Welt haben, wenn die nicht zu Wort kämen. Ich bin ja nicht der liebe Gott, der alles weiß. Ich lasse mich gerne belehren und ich will hören, was andere erfahren. Auch deshalb sind die Jungen der Acht B begeistert von ihrem Lehrer. Dass er uns die Themen sehr spielerisch beibringt und auch viel über den Tellerland hinausblickt. Der Herr Völker ist immer ein sehr, sehr netter Lehrer und sein Unterricht ist sehr spannend, auch gestaltet. Wenn man irgendwas einbringen will, ist er dafür offen und er diskutiert mit dir drüber. Zusammen mit seinen Schülern hat er auch einen Kreuzweg als Schulprojekt gestaltet. Am letzten Tag vor den Osterferien wird er zum ersten Mal gebetet und gesegnet. Dazu sind alle Schüler gekommen. Andreas Völker möchte das Leiden Jesu in die heutige Welt übertragen und dadurch das Schulklima verbessern. Also es ist ein schönes Angebot für Schüler, auch hier nochmal den Leidens-Wiki so nachzugehen. Allerdings mit zwei Blickrichtungen. Einmal selber sensibel zu werden für Leid. Ich habe es mal genannt, Leiden wahrnehmen. Und daraus die Kraft zu finden, solidarisch etwas zu verändern, zu handeln. Denn Leiden ist nicht immer Natur gegeben, da kann man auch was dagegen tun. Und junge Menschen spüren das. Um das zu schaffen, verbindet er Kunst und Theologie und macht so die Botschaft Jesu greifbarer. Auch in den drei Büchern, die Andreas Völker geschrieben hat, nutzt er zum besseren Verständnis Symbolbilder, wie zum Beispiel Satzzeichen, um seine Ideen zu veranschaulichen. Für Andreas Völker bedeutet Glaube auch Gemeinschaft. Hinter dem 49-Jährigen steht bei all seinen Projekten auch immer seine Familie. Wir leben da den Glauben auch gemeinsam. Natürlich, wir gehen gemeinsam zu kädlichen Festen. Die Kinder waren Medizanten, die Großen sind im Domchor. Meine Frau ist dabei, eine Jugendarbeit. Wir machen da wirklich verschiedenste Sachen. Und das auch in den Abendstunden. Nach dem Essen geht es direkt zur Chorprobe in Obereichstätt. Seit 18 Jahren leitet er ehrenamtlich die Gruppe Siluam, die neues geistliches Lied gut singt. Er ist wahnsinnig geduldig, ist aber auch sehr spontan. Wir haben einfach mega Spaß mit ihm. Für Andreas Völker ist das der richtige Weg, mit seinen Schülern, seiner Familie, seinen Chor, aber auch in seinen Büchern Gott im Alltag zu erleben. Nicht nur für sich, sondern vor allem gemeinsam mit anderen. Zypressen, Palmen oder Ölbäume. Die gibt es nicht nur in fernen Ländern, sondern auch im bayerischen Berching. Sie wachsen im sogenannten Bibelgarten. Der hat sich längst zum Anziehungspunkt für Touristen und Schulklassen entwickelt. Johannes Heim stellt ihnen diesen besonderen Ort vor. Ich bin heute in Berching unterwegs, in der Nähe von Neumarkt in der Oberpfalz. Hier gibt es einen sogenannten Bibelgarten. Und was das genau ist und was man hier alles entdecken kann, das schaue ich mir heute mal an. Hallo Frau Dess. Hallo. Alles gut. Bei mir ist Herr Madess. Sie ist seit Anfang an im Bibelgartenteam dabei. Frau Dess, was ist denn ein Bibelgarten überhaupt? Ein Bibelgarten heißt deshalb Bibelgarten, weil in ihm Pflanzen aus der Heiligen Schrift zu finden sind. Er lädt ein zum Schauen und Betrachten und man soll sich vielleicht über die Pflanze wieder mehr für die Bibel interessieren. Wie ist der Bibelgarten denn entstanden? Der Bibelgarten entstand im Jahr 2003. Die damalige Pfarrhaushälterin, Frau Agnes Kuhn, wurde angefragt, was man denn aus diesem Garten machen könnte. Und so kam man auf die Idee, hier einen Bibelgarten zu errichten. Welche Bedeutung hat denn dieser Weg? Der Weg soll den Weg des Lebens darstellen. Sie betreten ihn durch ein Tor, das Tor zum Leben. Dann fällt ihr Blick auf eine Taube, die erinnert an den biblischen Gruß, der Friede sei mit dir. Wenn sie den Weg weiterkommen, sehen sie eine Schnecke. Die erinnert sich daran, sich nicht alles um sich selber drehen zu lassen, sich nicht so wichtig zu nehmen und den Weg wiederfinden. Sie kommen dann an eine andere Wegbiegung. Da gehen drei Wege weg. Und sie müssen sich für einen entscheiden, so wie es im Leben auch ist. Und dann, wenn sie den Weg dann weitergehen, kommen sie an eine Stelle, die ins Leere führt. Da wird es Zeit, umzukehren. Und sie kommen wieder dahin zurück, wo sie begonnen haben. Insgesamt gibt es hier 30 verschiedene Pflanzen. Welche davon hat denn für Sie eine ganz besondere Bedeutung? Für mich hat dieses Mandelbäumchen eine ganz besondere Bedeutung. Es wird erwähnt im Buch Numeri. Und es heißt in der Geschichte, als Aaron Gott um ein Zeichen bat, sagte ihm dieser, er möge seinen Stab in die Erde stecken. Und als Aaron am anderen Morgen das Zelt der Bundeslade betrag, fand er seinen Stock. Er war grün, trug viele Blüten und viele Mandelfrüchte. Es gibt noch einen anderen kleinen Ort hier im Garten und da gehen wir jetzt auch noch hin. An welchen besonderen Fleckchen sind wir denn jetzt hier? Wir befinden uns hier jetzt in einer sogenannten kleinen Oase der Ruhe. Kinder spielen hier, Touristen kommen, schauen sich den Bibelgarten an, ruhen sich aus. Und erholen sich ein bisschen, sitzen unter dem Apfelbaum und der Apfelbaum ist ja auch in der Bibel nicht so genau erwähnt. Adam und Eva, man weiß es nicht genau, war sein Apfel. Aber wir haben diesen Baum gewählt, weil er einfach zu uns passt und auch vom Klima her also ganz gut gedeiht. Ein ganz besonderer Ort also der Bibelgarten hier in Berching. Wenn auch Sie etwas über Pflanzen aus der Bibel erfahren wollen oder einfach eine Auszeit vom Alltag suchen, schauen Sie doch auch mal vorbei. Und damit gebe ich zurück ins Studio. Der von Ehrenamtlichen gepflegte Bibelgarten ist jederzeit für Besucher geöffnet, auch ohne Anmeldung. Das war es auch schon mit Kreuzplus im April mit dem Thema Glaube im Alltag. Alle unsere Ausgaben finden Sie im Internet zum Nachschauen unter kreuzplus.de. Wir sehen uns dann wieder an Christi Himmelfahrt am 30. Mai. Dann geht es bei uns um unser klangvolles Bistum, also um die Musik. Bis dahin, machen Sie es gut! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020